Guten Morgen meine Lieben! Sorry, das ist wirklich echt so lange, eine Woche, sogar zwei Wochen, so wie es kein Video mehr gekommen ist, weil, ich hoffe ihr hört mich, ähm, weil es halt, ähm, ich hatte viel zu tun, Berufsschule, Praktikum, ähm, ich hab ihn heute freigenommen, ja, und eigentlich bin ich gerade super, ich gucke euch ein, was für ein Video, ähm, heute allgemein kommen soll, okay, ich like mal jetzt, damit du deine Ruhe hast, ähm, ja, ich weiß eigentlich echt nicht, was für ein Video kommen soll, und, ähm, ja, deswegen, mach ich jetzt irgendwas, Also, ich glaube, ich mach heute Abend oder so vielleicht noch ein Video, bin das nicht zu hängen, weil gestern es hing und lag, und ich wusste echt nicht, was ich noch machen sollte, Und, ja, alle Leute, dieses neue Thema, denke ich, ist so geil, und, ähm, meine Schwester, FarnXXB, ich kann euch doch kurz zeigen, weil sie viele Aktualisierungen gemacht hat, sie hat auch meinen Account aufgepasst, während ich kein Internet hatte, Leute, ich hatte kein Internet von Montag bis Mittwoch, also, ja, Und, ähm, das ist, glaube ich, jetzt eine Art kurzfristige Lösung, die ich jetzt gerade habe, deswegen habe ich jetzt jeder Internet zurzeit, und, ja, ähm, wie steht das auch? Also, also, ne, das war ich, ich verlosse ja noch ein VIP-Ticket, und dann hat sie ja geschrieben, FarnXX hier, ich passe auf jeden Tag auf, weil sie zum Fall kein Internet hat, so ein auf dem so, Oh, ne, ein auf dem so, ich hätte irgendwie gar nichts oder so, aber ich hatte ehrlich kein Internet, und deswegen habe ich gebeten, dass ich auf meinen Account aufpassen soll, Was ich auch sehr lieb, bevor sie getan hatte, irgendwie habe ich wieder so 1122, äh, 20, äh, deutsch, ähm, 100, so kommt jetzt, 100, äh, 70, äh, 76 Diamanten, Und ich habe auch keine Ahnung, wie das ging, also, davor hatte ich, glaube ich, 1200 und sowas, und ich habe echt keine Ahnung, und es gibt neue Sachen, also, ich habe hier schon gesehen, neues Thema, also, das Thema gefällt mir, Sie habe noch ein bisschen so eine Art neuen Look gekauft, und, ähm, ja, also, ich glaube, ich kaufe mir dieses einige, ich weiß nicht, welche ich mir holen soll, entweder das, Social Media Zombie, äh, Zombie Day, Oder das Normale, was eigentlich richtig cool aussieht, ich kaufe mir das jetzt einmal, das sieht nicht so richtig geil aus, also, meiner Meinung, also, mir gefällt dieses Thema, Zum ersten Mal gefällt mir eigentlich irgendwie irgendwas, irgendein Thema, und, Leute, ich bin fast da mit 24, äh, So, geil, ey, okay, nehmen wir doch, hey, YouTube, wobei läuft, Leute, ich weiß auch nicht, wieso ich immer so wie so gut gesagt werde, also, Keine Ahnung, also, ich wollte eigentlich gleich wieder Naruto gucken, Leute, ihr wisst, ich bin Anime-Fan, und, also, Naruto Shibou nennt, und, Ähm, ich hab jetzt echt keine Ahnung, was ich noch sagen soll, außer, irgendwie, äh, jetzt bloß meine Augen, he, Okay, ich kann mal noch sehen, ähm, genau, ich hab echt keine Ahnung, was ich sagen soll, also, wenn ihr fragt, wann wieder Likes will ich, warum, ich hab keine Ahnung, weil, äh, 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 schon, ich glaub, den Scan werd ich rausschreien, ähm, ich hab ehrlich keine Ahnung, weil, erstens, es hängt die ganze Zeit, und, ähm, Ähm, ich kann auch fast nichts machen, wenn das irgendetwas leckt, und so, und, äh, ja, also, ein bisschen mehr Geduld haben, ne, also, ja, genau, ähm, ähm, Dann krieg ich, hab ich nichts mehr zu wagen, okay, diese Anima-Ding fällt mir irgendwie, oder irgendjemand auch nicht, also, keine Ahnung, Also, ich nehm jetzt, check me out, durch den, so, klär mich, ich brauche, ich weiß, aber ehrlich nicht, welche Animation, oder, ich weiß noch mal, gerade jetzt nicht, was ich sagen soll, also, irgendwelchen, sprachlos, und mit so einem platter Maul, hab ich hier heute keine Ahnung, was ich sagen soll, ich nehm jetzt nicht an, ähm, ja, Ja, ich hab keine Ahnung, was ich sagen soll, ich hab keine Ahnung, was ich machen soll, ich hab zehn Freunde auf meine Frage, und ich hab eine Bebe, ähm, ich nehm keine unter Level 15 an, wie, okay, die sind 28, äh, äh, nicht schuld, Ich dachte, durch, ähm, Freunde löschen, würde es halt, nicht so viel lecken, und davor, aber ich gucke mal in der Videofahrung, Oh, ich denk mir nur, wieso leckst du denn jetzt so, der Marshall, äh, ja, mit wie vielen Freunden darf ich eigentlich 85, okay, oh, Digga, Aber, aha, muss ich Level 20, äh, Level 55 sein, dann würde ich erstmal meine Volljahre an den Kanälu, das kann ja noch ein bisschen dauern, als ich werde, eigentlich könnte ich mich mit, ähm, diesem Award, den ich ja irgendwie, dass meine Schwester irgendwie für mich gemacht hat, mhm, obwohl, in real life, sie ist nicht meine Schwester, aber hier in MSP schon, also, guck mal, hier hab ich ja ein Award gewonnen, und das sind gerade mal 5 Millionen, sagen wir so, ne, ich hätte die jetzt auch schon, ach, kommt man dort, ein Liesel, dann ist, na, und mal, das ist ja unbedingt so, um 24, aber das will ich nicht. Also, ja, das sind nicht 31 Nachrichten, das sind, ähm, bei mir sind das wirklich 331, ne, warte mal, das ist gar nicht, also, äh, doch, ne, 100, also 300, ähm, irgendwas, Nachrichten, das sind nicht 31, das ist ne Zahl mehr, also, ich hab mir die nie durchgelesen, ich glaub, das werd ich einmal mal machen, so ein Video, wo ich mir einfach alles durchlese, und ja, ähm, ja, also, das war ein, sozusagen, kurzes, schönes für mich Video, und, okay, jeder, jeder mag den Look hier, ich hab eigentlich auch, ähm, na, bei dem Wettbewerb zwei Looks eingereicht, und ich würd mich freuen, wenn ihr mir mal, ähm, hilfst, dass ich auch mal dort, so, bei diesem, bei der, so, bei der Eröffnung Webseite da bin, und ich reich jetzt mal kurz den Look ein, hier, und, ja, ich hab zwar jetzt kein Zombie-Media, tschüss, bis zum nächsten Mal, doch, war's jetzt, oder, sorry, doch, ne, ich will kurz noch einen guten Look, also, damit ihr auch so Bescheid wisst, ich hab keine Ahnung, was bleibt das hier, also, ja, nächste Seite geht wohl nicht, ne, Niedlich, ja, ich will den, bitte, hilf mir, ich glaub, jetzt den Q, die Look gewählt, hihi, so, bitte, like, ne, also, stimmst du mich ab, damit ich jemanden sehr, gewinnen kann, also, ja, genau, jetzt like das hier, glaub ich, wegen dieser Aufnahme, und hab keine Ahnung, warum, und, ja, also, ähm, ich würde mich voll über ein Abo, über ein Like, und über einen Kommentar. Wenn euch das schlecht gefallen hat, ist mir jetzt eigentlich total egal, also, wenn euch das gut gefallen hat, freut mich immer, und vielleicht spiele ich bei meinem nächsten, entweder Bonnie Planet, oder wieder Roblox. Ähm, bitte, ihr könnt auch abstimmen, also, ja, und, ciao! Ciao!